Herzlich willkommen zu einem absolut unverzichtbaren Video für alle, die auf der Suche nach der perfekten Benzin-Motorsense sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um das ideale Gerät für deine Bedürfnisse zu finden. Die Vernachlässigung der Wartung ist die erste tödliche Sünde des Rasenkriegers. Dein treues Gerät benötigt Pflege, genau wie ein fein abgestimmtes Instrument. Ölwechsel, Reinigung des Luftfilters, Überprüfung der Zündkerze – vernachlässige sie auf eigene Gefahr. Um diese Todsünde zu vermeiden, musst du sicherstellen, dass du regelmäßig die Wartungsarbeiten an deinem Benzin-Motorsense durchführst. Beginne mit einem gründlichen Ölwechsel, um sicherzustellen, dass der Motor geschmiert bleibt und reibungslos läuft. Reinige den Luftfilter regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen den Luftstrom behindern. Überprüfe auch regelmäßig die Zündkerze, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand ist und einen zuverlässigen Funken liefert. Indem du diese einfachen Wartungsaufgaben regelmäßig durchführst, kannst du sicherstellen, dass dein Benzin-Motorsense in Top-Zustand bleibt und dir jahrelang zuverlässigen Betrieb bietet. Benzin, das Lebenselixier deines Motors, kann auch sein Verderben sein, wenn es nicht mit Ehrfurcht behandelt wird. Die falsche Kraftstoffmischung ist gleichbedeutend mit einem giftigen Elixier für deinen Trimmer, der seine Leistung ersticken und seine Lebensdauer verkürzen kann. Denke daran, das heilige Verhältnis. Zweitaktöl zu Benzin? Eine Ehe, die von den Rasengöttern selbst besiegelt wurde. Um diesen Fehler zu vermeiden, musst du sicherstellen, dass du immer die richtige Kraftstoffmischung für deinen Benzin-Motorsense verwendest. Lies die Bedienungsanleitung deines Geräts sorgfältig durch, um das empfohlene Mischungsverhältnis zu erfahren. Verwende ein Messgefäß, um die richtige Menge an Zweitaktöl zu messen und mische es gründlich mit dem Benzin, bevor du es in den Tank gießt. Indem du sicherstellst, dass du immer die richtige Kraftstoffmischung verwendest, kannst du die Lebensdauer deines Motors verlängern und sicherstellen, dass er stets zuverlässig läuft. Die Überlastung deines Motors ist die Autobahn zur mechanischen Ruine. Zeige Mitleid mit deinem treuen Ross. Lass es atmen. Lass es sich selbst ein Tempo vorgeben. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und auch dein Rasen sollte nicht an einem Nachmittag massakriert werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, musst du sicherstellen, dass du deinen Benzin Motorsense nicht überlastest, indem du ihn übermäßig belastest oder ihn in extremen Bedingungen betreibst. Achte darauf, dass du das Gerät nicht über längere Zeit mit hoher Drehzahl laufen lässt und vermeide es, es durch besonders dichtes Gestrüpp oder schwieriges Gelände zu zwingen. Lasse dem Motor Zeit zum Ausruhen und Abkühlen zwischen den Einsätzen und vermeide es, ihn über seine Grenzen zu treiben. Indem du deinen Motor schonst und ihm eine angemessene Behandlung zukommen lässt, kannst du seine Lebensdauer verlängern und sicherstellen, dass er stets zuverlässig läuft. Ein Ritter würde nicht in die Schlacht ziehen ohne Rüstung und auch du solltest dein Rasen nicht ohne angemessenen Schutz angehen. Das Ignorieren der Sicherheitsausrüstung ist wie Tanzen mit dem Teufel. Ein falscher Schritt und du könntest mehr als nur deinen Stolz verlieren. Schutzbrille, Handschuhe, robuste Schuhe – das sind deine Schilde im Kampf gegen das ungebändigte Gestrüpp. Um diesen Fehler zu vermeiden, musst du sicherstellen, dass du BI der Verwendung deines Benzin-Motorsense immer die richtige Sicherheitsausrüstung trägst. Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor herumfliegenden Trimmern und anderen Schäden zu schützen. Handschuhe können deine Hände vor Schürfwunden und Schnitten schützen, während robuste Schuhe deine Füße vor versehentlichen Schnitten und Stößen schützen können. Indem du die richtige Sicherheitsausrüstung trägst, kannst du das Risiko von Verletzungen minimieren und sicherstellen, dass du deine Arbeit sicher und effektiv erledigen kannst. Die Kunst des Schneidens ist ein zarter Tanz, eine Symphonie von Bewegung und Präzision. Die Unwissenheit über Trimmmethoden ist wie das Führen eines Schwertes mit verbundenen Augen. Du magst treffen, aber wirst du auch dein Ziel treffen? Bildest dich weiter, lieber Grasliebhaber. Lerne die Winkel, beherrsche die Striche und beobachte, wie sich dein Rasen in ein Meisterwerk verwandelt. Um diesen Fehler zu vermeiden, musst du sicherstellen, dass du die richtigen Trimmmethoden und Techniken verwendest, um deinen Rasen effektiv zu pflegen und zu pflegen. Informiere dich über verschiedene Trimmmuster und Stile, um herauszufinden, welche am besten für deinen Rasen und deine spezifischen Bedürfnisse geeignet sind. Experimentiere mit verschiedenen Schnitttechniken, um herauszufinden, welche am besten zu deinem Gelände passen und das gewünschte Ergebnis erzielen. Achte darauf, die Klinge deines Motorsense in einem optimalen Winkel zu halten, um ein sauberes und gleichmäßiges Schnittergebnis zu erzielen. Und halte während des Schneidens ein angemessenes Tempo ein, um die Grashalme gleichmäßig zu schneiden. Indem du dich weiterbildest und deine Trimmmethoden verfeinerst, kannst du sicherstellen, dass dein Rasen immer gepflegt und attraktiv aussieht. Nun, da du über die fünf häufigsten Fehler beim Kauf einer Benzin-Motorsense informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Sensen verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst. Wir sind hier, um dir bei der Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du in der Videobeschreibung bist.